Hallo liebe Bitbull Trader und natürlich ein herzliches Willkommen auch an all diejenigen, die das noch werben möchten. Bitcoin traded bei knapp 92.000 US-Dollar. Wir sehen, dass wir bei Bitcoin jetzt keine weiteren Tiefs machen und sich der Kurs langsam aber sicher nach oben bewegt Richtung All-Time-High. Was das Ganze jetzt zu bedeuten hat, das schauen wir uns natürlich an. Wir müssen uns dann heute auch noch wichtigen Daten widmen, denn die Reserven auf den Exchanges sind auf einem Niveau, das gab es zuvor noch niemals bei Bitcoin. Steht jetzt der absolute Supply-Schock bevor und wir werden absolut nach oben durchballern und wir sehen den krassesten Bullenmarkt, den wir jemals bei Bitcoin gesehen haben. Das schauen wir uns auf jeden Fall gemeinsam an und wir müssen uns natürlich auch anderen Daten widmen. Zu anderen schauen wir uns natürlich an, wie sieht es mit meinen Positionen aus, alles komplett transparent. Wie sieht es einmal mit unseren Bitcoin-Spot-ETFs aus und auch unseren Ethereum-ETFs und wie sieht es mit der Liquidität aus. Leute, schaut euch mal diesen Block hier oben an, das wird richtig heftig. Das bedeutet, das Ganze schauen wir uns an, alles zusammengefasst und ich werde dir heute auch natürlich wieder zeigen, wo du wieder einsteigen kannst, damit du das nächste Run-Up nicht verpasst und von der Volatilität, die sich bei Bitcoin im Moment bildet, perfekt profitieren kannst. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein, let's go! Gut Leute, also wir stehen wieder kurz vor einem Breakout, so wie ich dir das gerade eben auch noch mal ganz kurz gezeigt habe. Wir müssen uns das natürlich dann gleich nochmal im Tradingview ganz genau anschauen. Aber immer wenn Bitcoin einfach in so einer kleineren Seitwärtsphase ist, passiert meistens bei Bitcoin nicht viel. Sehr viele sind wieder gelangweilt, sagen, ah komm, Bitcoin macht doch endlich wieder was. Und dann kommt genau wieder die Kerze und dann ballern wir wieder nach oben weiter durch. Obwohl viele damit rechnen, dass wir jetzt erstmal wieder eine Korrektur sehen. Die sehe ich im Moment noch nicht. Ja, was vielleicht in den nächsten zwei, drei Wochen sich ändern wird. Aber jetzt für diese Woche sehe ich noch keine Korrektur. Und das schauen wir uns dann auch natürlich auch dann gleich nochmal in Tradingview gemeinsam an. Jetzt erstmal kurzer Ausblick zu meinen Positionen für dich hier auf diesem Kanal. Komplett transparent, dass du alles nachvollziehen kannst, was ich hier auf diesem Kanal mache. Das heißt, alles was ich dir hier sage, das trade ich auch selber. Das siehst du hier nämlich nochmal ganz gut. Insgesamt bin ich mit 120.000 Dollar im Profit, einmal knapp 35.000 US-Dollar bei meiner Bitcoin-Position und einmal mit knapp 85.000 Dollar bei meiner Solana-Position. Auch die Solana-Position bleibt weiterhin offen. Ich gehe nämlich stark davon aus, wenn Bitcoin das Breakout über das All-Time-High schaffen sollte, müssen wir damit rechnen, dass die Altcoins auch nochmal sehr, sehr stark nachziehen werden. Und deshalb bleibt diese Position auf jeden Fall auf. Bei der Bitcoin-Position werde ich dann schauen und werde ich dir dann nachher auch nochmal ganz genau zeigen, wann ich nochmal reinkompounden werde, also wann ich diese Position vergrößern werde. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal völlige Transparenz für dich. Und da werde ich dich natürlich dann auch updaten in jedem einzelnen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also Bitcoin-ETFs, wie sieht es aus? Viele haben damit gerechnet, dass gestern ein Abverkauf stattgefunden hat, also ein negativer Outflow stattgefunden hat bei unseren Bitcoin-Spot-ETFs. Und Leute, ich muss euch leider enttäuschen, denn am gestrigen Tag sind wieder 254 Millionen Dollar reingeflossen in die ETFs. Kein einziger ETF hat gestern verkauft. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Solange das hier so bleibt und solange die ETFs die ganze Zeit kaufen, können wir damit rechnen, dass Bitcoin keine großartige Korrektur erfährt. Wenn die ETFs von Tag zu Tag, sagen wir mal 3, 4, 5, 6, 7 Tage in Folge verkaufen, 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 dann können wir damit rechnen, dass wir nochmal ungefähr 10 bis 15 Prozent fallen. Stand jetzt sehe ich das allerdings noch nicht. Und hier sieht man es auch nochmal ganz gut. Gestern wurde das Ding hier wirklich nochmal mit 254 Millionen US-Dollar gekauft. Jetzt haben wir noch unseren Ethereum-ETFs. Und auch bei Ethereum ist es so, ja, und da ist es jetzt ein bisschen anders und deshalb bewegt sich Ethereum gerade auch im Moment nicht, weil bei Ethereum gerade kaum Interesse da ist, den Kurs weiter nach oben zu drücken. Das sieht man dann auch bei den Ethereum-ETFs, ja, die letzten drei Tage, beziehungsweise die letzten drei Handelstage, auch der Montag, mit minus 39,1 Millionen. Also, was das angeht, jetzt nicht gerade mal so der Knaller, ja, ihr hört es, ich bin noch ein bisschen leicht verschnupft, aber nichtsdestotrotz will ich für euch natürlich ein Update ballern, weil einfach die jetzige Phase für euch sehr, sehr wichtig ist. Vor allem für diejenigen, die noch keine Position offen haben, nicht, dass ihr jetzt wieder das nächste Run-Up verpasst und den nächsten Zug nach oben. Das wollen wir natürlich alle nicht. Wir sitzen ja hier alle in einem Boot und ich versuche, so gut es geht, unser gemeinsames Bitbull Trading Boot Richtung Gewinn zu steuern. Gut, dann gehen wir noch weiter rein, schauen uns das Ganze noch an und Leute, erstmal eins vorne weg, vielen lieben Dank für eure krasse Unterstützung. Das gestrige Update-Video hat knappe 27.000 Klicks erreicht, 3.000 Likes, deshalb da schon mal vielen lieben Dank dafür. Auch heute könnt ihr wieder gerne dieses Video natürlich liken, kommentieren und solltest du hier neu auf dem Kanal sein, darfst du auch kostenlos abonnieren. Join gerne rein, werd auch du zum Bitbull Trader. Ich freue mich auch immer sehr darüber, dann eure Kommentare durchzulesen. Ich antworte auch immer sehr, sehr viel und deshalb da schon mal vielen lieben Dank für deine Unterstützung und herzlich willkommen in der Community. Jetzt bist auch du ein Bitbull Trader und wir machen weiter mit dem Video. Let's go! Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an und Leute, ja, also das scheppert jetzt demnächst richtig krass. Wir sehen hier einmal unsere möglichen Liquidierungen. Und wie du das Ganze hier gut erkennen kannst, ist es nämlich so, wir hatten gestern einen sehr, sehr krassen, volatilen Tag. Was bedeutet das? Das bedeutet, wie du hier sehen kannst, es ging nach unten, ging wieder hoch, es ging nach unten, wurde wieder alles abgeholt, alle waren wieder panisch, sind wieder in Short-Position gegangen, ging wieder nach oben, es ging wieder nach unten, alle waren wieder panisch, sind wieder in Short-Position gegangen. Dementsprechend hat es hier oben absolut krass was aufgebaut, bis hoch zu 94.000 US-Dollar. Und du siehst, ja, wir steigen nämlich jetzt hier langsam, aber sicher stetig jetzt hier an, ja, Richtung diesen 92.800 Dollar. Genau hier oben rein geht das Ganze nämlich höchstwahrscheinlich jetzt, weil die Market Maker einfach wieder diese Liquidität fischen wollen und sie haben genau diese Liquidität gebraucht. Ja, hier jetzt über das Wochenende ist nicht viel passiert, da war nicht hier oben viel zu fischen. Ja, mit dieser Bewegung, was die aber gestern den ganzen Tag hier gemacht haben, mit dieser volatilen Bewegung, für Skype natürlich ein gefundenes Fressen, keine Frage, ja, haben sie jetzt ein was erreicht und zwar, dass verdammt viele Short-Positionen wieder reingekommen sind in den Markt. Und das seht ihr hier mit diesem, ja, ich sag mal, orange, hellgelben Zeichen hier und zwar, da liegen 305 Millionen, 308 Millionen, 300 Millionen, 340 Millionen, 328 Millionen, also in diesem ganzen Bereich liegen mehr als 3 bis 4 Milliarden Dollar, ja, die hier rausliquidiert werden, sollte Bitcoin hier oben reingehen. Und Stand jetzt muss ich ganz klar sagen, es sieht wirklich danach aus, als würden die Market Maker hier oben das Ganze nochmal abholen. Also, solange weiterhin immer wieder Short-Positionen in den Markt reinkommen, ist das perfekt, ja, und wir müssen damit rechnen, dass wir weiterhin immer wieder ansteigen. Das Glanze sieht man dann natürlich auch bei unserem Open Interest, das Open Interest hat hier sehr, sehr, sehr stark zugelegt, wie ihr hier ganz gut sehen könnt, wir sind ungefähr bei 377 Billionen, also das ist richtig krass. Beziehungsweise haben wir hier an der Stelle einmal das Open Interest bei 105 Billionen, also 105 Milliarden Dollar ist unser Open Interest im Moment groß, wir sind sehr stark angestiegen, aber man muss auch eins dazu sagen, ja, wir sind sehr stark angestiegen. Das ist aber bei einem Run-Up, wie wir den jetzt im Moment sehen, völlig normal, auch in dieser Phase, wie du sehen kannst, wo Bitcoin von 40.000 Dollar hoch auf 71.000 Dollar gestiegen ist, ist auch unser Open Interest von 36 Milliarden hoch auf 77 Milliarden, also das hat sich fast verdoppelt. Ja, und wenn man sich das jetzt hier anschaut, unser Runner-Part hier begonnen, jetzt waren wir bei 69 Milliarden, jetzt sind wir bei 102 Milliarden, also da wäre nochmal gut Luft für 20, 30 Milliarden on top, meiner Meinung nach, bevor wir dann wieder so kleinere Liquidation Wicks auf jeden Fall sehen können. Die werden definitiv kommen, deshalb geht nicht davon aus, dass Bitcoin jetzt die ganze Zeit nur nach oben ballert und nach oben steigt, das wird nicht der Fall sein, deshalb diese Liquidation Wicks werden definitiv immer wieder kommen. Ich finde es aber sehr interessant, ja, dass sehr viele Leute da draußen dann euch immer wieder erzählen, so Open Interest und jetzt muss die übelst krasse Korrektur kommen. Leute, the trend is your friend until the end, okay, es ist vollkommen egal, ja, ob das Open Interest jetzt nochmal um 10, um 20 Milliarden nach oben ballert, solange sich die Short- und die Long-Positionen die ganze Zeit ausgleichen, ist das, was das Open Interest uns sagt, relativ wurscht, okay. Es wird erst so ein Problem, wenn jetzt zum Beispiel die Long-Positionen, die Short-Positionen überwiegen oder die Short-Positionen, die Long-Positionen überwiegen und dann unser Open Interest nochmal weiter steigt, ja, dann sehen wir nämlich wie so eine kleine Bubble, die sich immer weiter aufbläht, immer weiter aufbläht und irgendwann implodiert die und dann macht es Puff, ja, und dann geht es runter oder dementsprechend nach oben, das kommt halt gar ganz darauf an. Meiner Meinung nach wird es dann eher nochmal einen Step nach unten gehen, aber Stand jetzt zu dieser Woche sehe ich das noch nicht. Dann gehen wir noch rein, schauen uns einmal Fear & Greed Index an, Fear & Greed Index war dann am gestrigen Tag bei 83 Punkte, ist jetzt bei 90 Punkten wieder angelangt, Leute, das ist krass, das ist wirklich sehr, sehr krass, das heißt auch der Fear & Greed Index zeigt uns an, wir sind absolut überhitzt, ja, was die allgemeine Stimmung angeht, in diesem Fear & Greed Index kommen natürlich viele Sachen rein, man muss natürlich auch dazu sagen, man muss mit dieser Zahl ein bisschen vorsichtig umgehen. Warum? Ganz einfach, wenn zum Beispiel der Preis bei Bitcoin sehr volatil ist, so wie wir das gestern gesehen haben, das heißt wir sind ja sehr stark nach oben, nach unten, wieder nach oben, nach unten, so wie ich es ja gerade eben vorher gezeigt habe, ist es natürlich so, dass die Volatilität 25% dieser Kennzahl ausmacht. Wenn du jetzt den ganzen Tag 5000 Dollar nach oben ballerst, dann wieder nach unten gehst, dann wieder nach oben ballerst, dann wieder nach unten gehst, hat es natürlich sehr, sehr krasse Auswirkungen auf diese Kennzahl, ja, deshalb, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das heißt, wenn der Markt halt volatil ist, ist es natürlich klar, dass diese Kennzahl sehr, sehr stark nach oben ansteigt, ja, was wir jetzt gerade im Moment auf jeden Fall einmal sehen. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt und zwar einmal das hier, Bitcoin Exchange Reserven auf allen Exchanges und zwar siehst du hier einmal die weiße Linie, das ist unser Bitcoin Preis und diese blaue Linie sind die Reserven der Exchanges. Was bedeutet das? Das sind einfach diese Bitcoin, die auf den Exchanges rumliegen als Reserven, die halt zum Kauf bzw. zum Verkauf zur Verfügung stehen. Ja und jetzt wird natürlich, jetzt wird es natürlich langsam ein bisschen tricky und sehr, sehr, sehr spannend werden. Warum? Ganz einfach, schaut euch mal an, was hier seit unserem letzten Run-Up hier passiert ist, also seit dieser Konsolidierungsphase, nimmt das komplett ab. Das bedeutet folgendes, das Angebot sinkt und die Nachfrage steigt unermesslich weiter an. Sehr, sehr stark steigt sogar diese Nachfrage an und jetzt hast du nämlich dann folgendes Problem. Die Miner meinen am Tag, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ungefähr so 300 Bitcoin, vielleicht noch oder 3000 Bitcoin, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, die Spot ETFs kaufen das 10-fache pro Tag, teilweise jetzt schon das 20-fache pro Tag ein. Das heißt, die Miner können diese Nachfrage allein von den Bitcoin Spot ETFs gar nicht mehr decken. Das heißt, im Moment ist es so, die ganzen Bitcoin, die im Moment noch im Umlauf sind, werden gekauft ohne Ende und dieser Supply, der im Moment im Umlauf ist, wird ja immer geringer, wird immer geringer, wird immer geringer. Das, was aber nachkommt von den Minern, bleibt ja immer auf einem gleichbleibenden Niveau, aber die Nachfrage steigt die ganze Zeit an und wenn das so weitergeht, sehen wir einen Supply-Schock und ein Supply-Schock führt dadurch und dazu dann, dass alle Bitcoin haben wollen, es aber keine Bitcoin mehr gibt oder sehr, sehr, sehr wenige gibt. Und was bedeutet das richtig? Der Preis, er steigt und er steigt höchstwahrscheinlich dann massiv nach oben an. Also das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ich werde auch schauen, dass ich da noch ein paar andere Grafiken für euch raussuchen kann, weil das ist wirklich für mich jetzt essentiell. Vollkommen egal, was jetzt hier mal Altcoins hießen oder sowas ist oder bla 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 und keine Ahnung, Open Interest und Onchain-Daten und bla. Das hier Leute, das ist das Interessante. Da ist es auch völlig egal, was wirtschaftsmäßig da draußen abgeht. Wenn das hier weiter runter geht und wenn wir wirklich jetzt hier einen Supply-Schock sehen, dann ist es vollkommen wurscht, wie die Wirtschaftsdaten aussehen. Dann ist es egal, ob ein neuer Zinsentscheid kommt, vollkommen wurscht. Das hier ist das Essentielle, worauf es ankommt in die nächsten Monate für unseren Bitcoin. Deshalb schaut euch diese Grafiken immer an. Das ist genau diese Information, die für uns am aller, allerwichtigsten von allen ist. Jetzt gehen wir aber rein, schauen uns das Ganze mal an, nämlich wie sieht es jetzt in Tradingview aus. Gehen wir rein in den Chart, jetzt analysieren wir das Ganze mal und ich werde dir jetzt ganz genau zeigen, wo du wieder neu einsteigen kannst. Let's go. Gut, also dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie du ganz gut sehen kannst. Es hat sich weiterhin bestätigt, dass wir dieses Ascending Triangle höchstwahrscheinlich formen werden. Das bedeutet, wir haben weiterhin eine sehr starke Konsolidierungsphase mit der Tendenz nach oben Richtung All-Time-High-Monkey auszubrechen. Das bedeutet für uns nichts anderes, dass wir damit rechnen können, dass wir auf jeden Fall ein Breakout sehen werden. Bis spätestens Donnerstag, unseren 21. November. Heute ist Dienstag, also ihr seht, wir können einen Breakout erwarten innerhalb der nächsten zwei Tage. Man sagt auch immer, im letzten Drittel sieht man meistens dann immer einen Breakout von so einem Continuation-Pattern. Und das ist auch wieder ein Continuation-Pattern. Genau das haben wir nämlich schon mal gesehen, nämlich einmal hier unten, bloß ein bisschen in kleinerer Form. Und das ist für uns jetzt ein ganz wichtiges Level. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier oben wieder ausbrechen, müssen wir davon ausgehen, dass wir auf die 100.000 Dollar nach oben durchmarschieren. Und jetzt musst du dir natürlich eins immer stellen, und zwar, wo kannst du jetzt wieder neu einsteigen? Wir haben einen ganz guten Support-Bereich, der ist einmal hier unten. Wir haben einmal die Aufwärtstrend-Linie, die ich euch ja eingezeichnet habe. Und ich habe euch dann gestern auch nochmal auf den kleineren Zeiteinheiten gesagt, dass sich hier oben wie so ein kleines W-Pattern sogar formt, was man auch nochmal für den kleineren Daytrade oder Skype-Trade benutzen konnte am gestrigen Tag, was auch wunderbar funktioniert hat. Also, was musst du jetzt schauen? Du musst jetzt gucken, dass du irgendwo in dieser Phase jetzt hier noch einen Einstieg bekommst, um dieses Breakout mitzunehmen. Man muss natürlich dazu sagen, wenn dieses Tief hier fällt, also ungefähr die 89.940 Dollar, das siehst du auch hier, wir hatten hier Widerstand, hatten Support, Support, nochmal Support. Sollte das Level hier fallen, müssen wir davon ausgehen, dass wir hier unten reingehen in diese Support-Zone. Das ist auch klar. Solange wir hier jetzt rumeiern, konsolidieren, müssen wir davon ausgehen, dass Bitcoin sehr, sehr stark nach oben hin ansteigt, das Breakout wir sehen und auf 100.000 Dollar gehen. Wenn man sich auch die Indikatoren anschaut, haben diese massiv abgekühlt und das ist auch immer das, was ich immer wieder sage auf meinem Kanal, die ganze Zeit. Ich sage, Leute, Bitcoin braucht keine großartige Korrektur, um die Indikatoren abzukühlen. Da reicht es vollkommen aus, wenn der Bitcoin-Preis in eine Konsolidierungsphase geht, wie wir sie jetzt schon wieder hier sehen, um die Indikatoren, wie zum Beispiel den MACD abzukühlen, unser Momentum komplett wieder abzukühlen. Ein nächstes mögliches bullisches Cross von der Signallinie zur Durchschnittslinie zu bekommen und somit eine Trendwende einzuleiten. Und der RSI ist auch abgekühlt auf dem 4-Stunden-Chart und zwar auf 57 Punkte. Und wie war das Geschrei groß hier oben, wenn ihr euch nochmal daran erinnert, oh mein Gott, der RSI ist so krass überhitzt und überkauft und bla bla. Ja, wir werden jetzt hier übelst die Korrektur sehen und wir gehen nochmal 10.000 Dollar nach unten. Leute, das ist ein Bullenmarkt. Und in diesem Bullenmarkt, das war auch in der Vergangenheit schon immer so, ja, wir waren in einem sehr stark überkauften Bereich, aber dann gehen wir meistens in eine Konsolidierung über, um die Indikatoren abzukühlen, wie du hier dann auch nochmal sehen kannst. Das RSI jetzt hier auf 56 Punkte. Das heißt, es ist alles angerichtet und alles vorbereitet auf ein nächstes Breakout, auch mit unserem RSI, der auch wieder hier auf knapp 90 Punkte ansteigen kann. Somit wären wir bei 100k. Und dann wird sich zeigen, was da oben dementsprechend passiert. Okay, also bei sowas immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich sage immer wieder, wenn wir in eine Konsolidierung gehen, reicht das vollkommen aus, um die Indikatoren dementsprechend abzukühlen. Jetzt gehen wir noch rein, schauen uns das Ganze noch auf dem 15-Minuten-Chart an mit unserem wichtigen Indikator, checken uns das Ganze mal aus. Und zwar, ja, das war gestern halt diese Volatilität und das ist wirklich echt crazy. Also, wenn man sich das hier mal anschaut, ja, wir haben hier eine Bewegung gehabt, um 2.844 Dollar, ging es einmal nach unten, dann ging es wieder um kurz 3.200 Dollar nach oben, dann ging es wieder um 2.900 Dollar nach unten. Ja, also das ist halt gefundenes Fressen für die ganzen Sculptrader und jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg, leicht nach oben durchzugehen. Was du aber erkennen kannst, ist folgendes, wir machen keine tieferen Tiefs. Ja, also das ist immer noch so, dass Bitcoin weiterhin in einem Aufwärtstrend bleibt und solange das stattfindet, müssen wir ganz klar davon ausgehen, dass wir auch weiter nach oben durchballern. Wenn du auch diesen Indikator haben möchtest, for free, mit den verschiedenen Vektorkerzen, den Point of Controls, unser Last Week High, Yesterday High, verschiedene Pivot Points, M-Level, Resistance, Support Level, Daily Open und so weiter. Alle Links findest du dazu unten in der Videobeschreibung. Du brauchst dir nur einen Account machen bei unserer Homepage, kommst dann auf unseren Discord Server drauf, da findest du dann auch den Indikator und dann bist du hier mit am Start und kannst diesen komplett nutzen. Ich sag dir eins, dieser Indikator ist auf jeden Fall ein Game Changer für deine Chartanalyse, speziell auch jetzt hier in diesem Bullenmarkt, was jeder haben sollte, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, das ist für dich komplett for free, alle Links unten in der Videobeschreibung. Jetzt, wovon gehe ich Stand jetzt erstmal aus? Was wir sehen können ist, wir haben einmal einen Point of Control, nämlich hier oben drin. Dieser Point of Control ist für uns erstmal ein sehr, sehr starker Widerstand, genau wie unser Bill High hier an dieser Stelle. Das bedeutet, wir haben für den heutigen Tag schon mal so einen Widerstand von Yesterday High bis R1, was wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Sollte Bitcoin hier oben jetzt reingehen, müssen wir erstmal kurzfristig damit rechnen, dass wir einen kleineren Drop wieder sehen werden auf die EMAs, die natürlich dann hier mitlaufen werden. Ja, da laufen dann die EMAs so mit und dann der nächste Versuch gemacht wird, um hier nach oben hin auszubrechen. Sollten wir hier sehr stark abgelehnt werden, geht es nochmal aufs Daily Open und dann wird es etwas kritisch, weil dann gehe ich nämlich davon aus, dass höchstwahrscheinlich dieses Tief durchbrochen wird. Und dann wird es problematisch, weil dann kommen wir nämlich genau auf diese 89.940 Dollar, was ich dir vorher auch auf dem 4-Stunden-Chart gezeigt habe, wo ich ganz genau sage, ey, da dürfen wir nicht runterfallen. Ja, das heißt, da wird es dann interessant. Sollten wir hier unten nochmal reinkommen, ein schönes kleines bullisches Reversal-Form am heutigen Tag, zum Beispiel mit einem kleinen W-Pattern. Ja, wir sehen, dass wir hier gleich konsolidieren, dann ist das natürlich dann für uns immer jetzt hier überall ein wunderbarer und schöner Einstieg. Das muss uns auch ganz klar sein. Sonst, weiterhin, wir sind auf Kurs, unser Fibonacci-Level, wie du hier ganz gut erkennen kannst, zeigt uns ja unser nächstes technisches Preisziel an. Nächstes technisches Preisziel wären auch 98.284 US-Dollar. Also auch da siehst du das nochmal ganz gut. Ja, alle Indikatoren zeigen auf knappe 100.000 US-Dollar. Also für mich ist das Ding auf jeden Fall ganz klar. Wenn wir jetzt hier diese Konsolidierungsphase verlassen, müssen wir davon ausgehen, dass wir weiter nach oben hin ansteigen. Auch die Bitcoin-Dominanz sieht weiterhin ganz gut aus und nein, wir werden keine Altcoin-Season sehen. Die Altcoins haben jetzt etwas performt. Warum haben die performt? Ganz einfach, die Altcoins machen nämlich jetzt erstmal die Bewegung nach, die Bitcoin hier gemacht hat. Das ist jetzt die Altcoin-Bewegung, zum Beispiel als H-Bar, XRP und so weiter. Oder die machen jetzt genau erstmal diese Bewegung hier nach. Haben wir eine Altcoin-Season? Nein. Wird eine Altcoin-Season nächste Woche kommen? Nein. Ich werde euch ganz genau zeigen und vielleicht werde ich heute Abend mal ein Video machen über die Altcoins, wo ich euch mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wiederhole. und euch ganz genau aber dann auch nochmal sagen und zeigen werde, wann ich eine Altcoin-Season erwarte für unseren Altcoin-Markt. Aber dazu dann dementsprechend nochmal mehr. Sonst, Bitcoin ist weiterhin perfekt auf Kurs. Auch hier nächstes Fibonacci-Level 95.137 Dollar. Also ihr seht, es zeigt einfach alles weiter nach oben. Und wenn du ein sehr starkes Run-Up nach oben hast und du konsolidierst an dieser Stelle, ist es nochmal sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal einen Step weiter nach oben hin ausbrechen. Also zusammengefasst bedeutet das Folgendes. Passt jetzt auf, dass ihr jetzt hier gute Einstiege wieder finden könnt. Widerstandsbereich wären hier oben zwischen 92.600 und 92.200 US-Dollar. Sollten wir hier hochkommen, müssen wir nochmal mit einer kleinen Reaktion auf jeden Fall warten. Und wenn wir hier unten reinkommen aufs Daily Open oder auf die 90.000 Dollar, wäre es natürlich perfekt, wenn wir da nochmal ein schönes kleines Bullisches Reversal formen. Aber ganz wichtig, kein weiteres Tief machen. Diese Tiefs dürfen nicht unterschritten werden. Also 89.940 Dollar muss halten. Sonst geht es nochmal weiter nach unten. Und dann könnten wir auch nochmal hier unten reinfallen auf knapp 88.000 US-Dollar. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib gerne einen Daumen nach oben. Gerne natürlich liken, kommentieren und abonnieren. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir einen wunderbaren Dienstag. Hau rein, dein Basti. Ciao, ciao.